hey ho youtube und herzlich willkommen zu einer neuen folge lesestapel von mir in der ich mal wieder einige richtig nice sachen neben mir liegen habe und das wieder ein richtig fetter stapel geworden ist diese woche würde ich sagen fangen wir direkt an mit den ersten titel der hier liegt was wiederum dragon ball super mit den bänden 16 und 17 ist und wann mal 20 hatte ich vor ein paar folgen erst mit dabei gehabt aber den habe ich mir jetzt ein bisschen verfrüht gekauft gehabt weil der aktuell noch mit diesem schuba zu haben ist und ich weiß nie wie lange diese schuba headless sind weswegen mich da schon zu gerufen habe ohne die bände 16 bis anschließend 19 schon zu besitzen lange rede kurzer sinn war immer 16 und 17 sind das bei mir zu hause gelandet und ich finde gerade das cover vom band nummer 16 extremst nice und auch den neuen charakter den man das schon sieht mit dieser brille der auch auf den schuba zu bandnummer 20 drauf zu sehen ist und ich bin gespannt was es mit den auf sich hat schreibt mir gerne mal in die kommentare rein ob ihr aktuell auch wenn wir super verfolgen seid oder ob ihr vielleicht sogar schon komplett auf aktuellen stand seid dann geht es weiter mit red apple band nummer vier die serie die quasi schon seit den ersten band bei mir so ein bisschen auf der kippe steht weil die immer extrem wir die momente mit sich bringt aber trotzdem ist es unterhaltsam dass ich mir dann jetzt doch band nummer vier bestellt habe und ich arbeite mich bei der serie jetzt mittlerweile echt so stückchen weise weiter sprich ich entscheide nach jedem band weiterhin ob ich dran bleibe oder nicht weiß das noch mal die serie hat echt absolut wir die momente inne und trotz dessen ist sie verdammt unterhaltsam geschrieben und falls ihr aktuell noch nichts von red apple gehört haben solltet sage ich kurz gesagt es geht hier halt um eine gesellschaft in der in der zukunft sex verboten wird und vorpflanzungen auch durch künstliche befruchtung stattfindet und trotz dessen gibt es menschen die immer noch sex haben möchten und die machen das dann in so illegalen clubs und bei der polizei wiederum gibt es eine extra abteilung die versucht diese klubs halt top zu nehmen und dabei entwickelt sich halt eine komplett wirde komplett unterhaltsame geschichte bei der mir die zeichnung auch echt gut gefallen weswegen gerade eben erwähnt jetzt band nummer vier hier liegt aber der wird jetzt auch wieder entscheiden ob ich an der serie noch weiterhin dran bleiben werde oder ob es dann bei den vier bänden von red apple bei mir zu hause bleiben wird dann gibt es weiter mit mangakult vor von ich mittlerweile schon echt länger keine serie mehr verfolgt habe ich krieg zwar immer wieder mit dass mangakult einige richtig interessante serien am start hat aber man kann halt nicht auf jeder hochzeit tanzen und trotz dessen dachte ich mir okay ich gucke immer wieder eine serie raus und da ist mir dann ein standing on a million lives ins auge gefallen weil von der serie sind glaube ich aktuell vier bis sechs bände draußen sprich ist es nicht so viel was man aufholen muss wenn man auf aktuellen stand kommen möchte und dazu kommt halt der faktor dass das ganze ding halt so mittelalter setting hat und das hat man schon als indikator gereicht dass das wahrscheinlich eine geschichte sein wird die mir gefallen wird weil ich die auch so geschichten die mittelalter spielen und habe es echt schon lange keine mangakult serie mehr gelesen weswegen ich da unbedingt reingucken wollte wo für mich auch direkt fest stand dass ich mir das ding holen werde und trotz dessen habe ich dann komplett verpasst dass es erschienen ist ist der band nummer drei von headlooper die serie wo ich beim ersten band noch dachte dass das so ein abgeschlossener omnibus band ist und dann wiederum kam band nummer zwei um die ecke und ich habe festgestellt alles klar das ding ist nur ongoing und hat auch direkt einen eigenen platz in meinen herzen bekommen weil ich fand headlooper band ein schon gnadenlos gut geschrieben und verdammt schon gezeichnet und band nummer zwei ist dann direkt richtig geil in seine fußstapfen getreten weswegen ich mir auch sicher bin dass band nummer drei wieder der absolute wahnsinn sein wird und headlooper ist eine serie die ihr euch definitiv mal ein bisschen genauer anschauen solltet und falls ihr die reviews zu den ersten beiden bänden meinerseits verpasst haben solltet werde ich euch die an der stelle noch mal in der beschreibung verlinken dann geht es weiter mit dem titel wo beim titel tatsächlich schon feststand dass ich das ding lesen werde weil das ding heißt vinyl und wenn man ein video schon länger guckt weiß dass ich eine riesige schallplattensammlung habe und obendrauf mein vater auch noch einen schallplattenladen weswegen klar war dass wenn ein comic erscheint das vinyl heißt dass ich mir das ding holen werde und als ich dann das paket geöffnet habe das comic drin gesehen habe war auch direkt klar dass ich das ding sofort lesen muss weswegen ich zum aktuellen zeitpunkt schon gute drei viertel davon gelesen habe und so viel sei jetzt vor der review schon mal gesagt das ding ist verdammt unterhaltsam und übertrieben brutal ich hätte gar nicht gedacht dass das so ein brutales comic dann tatsächlich wird und einen fließen schon auf den ersten paar seiten die gedärmen entgegen und trotz dessen hat man noch eine recht komplexe total verrückte geschichte im mittelpunkt drin und so viel sei schon mal gesagt das ding ist pure unterhaltung und dann geht es weiter mit mein aktuellen lieblings marvel franchise den x-men wo mal wieder ein paar lückenbüster bei mir zu hause angekommen sind und das sind jetzt an der stelle die ersten beiden bände von den unsterblichen x-men ich habe ja band nummer drei jetzt schon seit circa zwei wochen bei mir zu hause liegen band nummer eins und zwei sind jetzt bei mir angekommen und ich finde beide cover extremst nice gerade das von band nummer zwei mit dem guten mr sinister vorne drauf finde ich extremst nice gezeichnet und die x-men red sind sehr stabil zurzeit die vorstoßen x-men sind zurzeit meine liebste x-men serie und ich bin mal gespannt wo sich jetzt hier die unsterblichen x-men einreihen werden ich habe auf jeden fall aktuell den krassesten x-men halb seitdem ich comics lese und das sind vor allem mit diese x-men hier schuld die vorstoßen x-men wo man mittlerweile schon das dritte team innerhalb der ersten 25 hefte am start hat und heft nummer 24 mit der dritten hellfire gala war der absolute höhepunkt der serie und war so ein bisschen game of thrones like wenn ihr wisst was ich meine ein bisschen wie das auch bei der folge fünf aus der x-men 97 serie auf disney plus gewesen ist grandioses heft gewesen und ich bin gespannt ob das niveau jetzt hier in heftnummer 25 weiter gehalten werden kann dann jetzt weiter mit dem guten comic in der unterstelle auch herzlich gegrüßt ist bei denen ich ein paar schnapper gemacht habe und das sind das hier mal wieder insgesamt fünf hefte wo ich leider keine cover einblenden kann höchstwahrscheinlich vielleicht habe ich auch glück und ich finde die cover weil das sind alles ältere hefte aus der marvel crossover serie wo ich ja einmal dieses ding habe was wiederum she hiked das ding ist ist so ein abgeschlossenes one shot ding wo mir die zeichnungen im inneren leider gar nicht gefallen aber jetzt sagt immer wieder ich bin großer fan dieser one shots die damals von marvel crossover und bei den dc crossover erschienen sind und bei den dc crossover heften und auch bei den marvel crossover heften waren zum schluss so ein paar sachen mit dabei die man auch hätte eigentlich so außerhalb der crossover serien veröffentlichen können weil genauso wie bei den dingen haben wir halt hier zwei marvel helden und keine zwei helden aus verschiedenen verlagshäusern wie das eigentlich immer bei den crossover der fall gewesen ist und trotzdem waren da einige pair mit dabei gewesen und das nächste ding ist für mich tatsächlich das absolute highlight und das wiederum ist wolverine bedrock das heft habe ich damals gekauft gehabt als es frisch erschienen ist habe es dann irgendwann mal wieder verkauft und habe seitdem in meiner sammlung vermisst und ich muss gerade gucken wann das erschienen ist also das us heft davon von dem crossover ist 96 erschienen erfahrungsgemäß müsste das dann paar jahre später bei uns gekommen sein und natürlich finde ich hier gerade irgendwo nirgendwo meine ich eine jahreszahl 99 kam das raus sprich ich war keine zehn jahre alt als es dann von mir am kiosk gekauft wurde und ich fand damals diesen zeichenstil diesen image style so krass dass mich das ding komplett von den socken gehauen hat dazu kam halt noch der faktor dass bedrock ein image hält war den ich so derzeit noch gar nicht gekannt habe und wolverine halt eine der mutanten war die ich mit einem interessantesten gefunden habe weswegen das für mich zum einhalten wieder treff mit wolverine zu der zeit war und obendrauf halt auch noch ein crossover mit einem coolen image hält und das poster was hier drin ist hat locker fünf sechs jahre damals in meinem kinderzimmer gehangen weil ich diese zeichnung extremst nice fand die so ein bisschen an den guten wab liefeld erinnern aber das ist dieser typische image style aus der zeit der hat immer relativ ähnlich ausgesehen hat danke zweite mit einem crossover zu die ich noch gar nichts sagen kann weil da ist eine helde mit im vordergrund drin die ich gar nicht kennen und zwar ist das hier so panischer painkiller jane und spider-man und ich kenne painkiller jane auch nur weil die auch ein crossover mit der darkness hat was auch noch bei mir auf dem lesestapel liegt ich weiß gar nicht in welchem verlagshaus die damals zu hause gewesen ist ob das irgendwie so dark horse war oder in dem verlag den es heutzutage gar nicht mehr gibt und ich weiß auch nicht was es mit ihr wirklich auf sich hat ich meine dass das endes damals ein paar sachen von ihr geschrieben hat und die zeichnungen sehen auf jeden fall schon mal absolut geil aus und ich werde euch dann alles weitere dazu sagen können sobald ich gelesen habe dann eine sache die auch noch eine schmerzhafte lücke bei mir in der sammlung drin ist und besser gesagt gewesen ist und zwar das crossover zwischen batman und panischer ich habe das crossover was auch batman panischer heißt was bei dino erschienen ist aber das war streng genommen ein crossover zwischen dem panischer und asrael und mir hat noch die ganze zeit die marvel variante von dem crossover gefehlt die wiederum von john romeeter jr gezeichnet wurde und john romeeter an den guten batman und panischer an einem heft ist für mich halt gold wert also die geschichte muss nur mittelmäßig sein um mich begeistern zu können weil john romeeter jr zu der zeit war ein absoluter top form das cover ist schon absolut zucker und john romeeter jr ist definitiv ein zeichner den man mögen muss ich lieb den herrn über alles und bin auch total glücklich darüber dieses crossover jetzt endlich bei mir in der sammlung drin zu haben und zu guter letzt zu diesem crossover habe ich noch ein weiteres marvel marvel crossover und das wiederum ist hier der unglaubliche hype und die rächer und ist aus der crossover serie heftnummer 30 gewesen und ist auch so ein heft was man von den zeichnungen gar nicht mal so gut gefällt und ist halt auch wieder so ein one shot ding weswegen ich mir dachte alles klar das ding nimmst du mit dann geht es weiter mit der aktuellen spider-man serie wo jetzt hier heftnummer 20 von mir zu hause oder besser gesagt bei mir zu hause angekommen ist ist auf jeden fall eine ganze schippe dicker hat auch 899 gekostet ich habe hiervon auch das usf weil das niki issue ist warum wieso weshalb weiß ich gar nicht hatte das damals nur bei einer us bestellung mitgenommen weil der halt key issue ausgeschildert gewesen ist und warum das die kirche ist werde ich euch schon wahrscheinlich sagen können sobald ich das ganze ding gelesen habe erwähnt wird es vielleicht noch dass das ganze ding als usf im prestige format veröffentlicht wurde weil es halt so dick ist dann habe ich hier das nächste heft der transformers was mittlerweile schon heftnummer fünf ist bei den image skybound reboot wo dieses ganze energon universum gerade geschaffen wird wo es auch die jah joh serie drin gibt und mittlerweile ich glaube drei soloserien zu den ganzen jah joh figuren die es insgesamt so gibt und die cover sind immer absolut geil finde ich und gerade das hier zuhaften mal fünf finde ich großartig wo man optimus prime sieht der so schockiert oder traurig auf die waffe von sich blickt die auf dem boden liegt in der sich sein gesicht halt spiegelt ganz großes kino das cover hier und dann wiederum habe ich einen absoluten lückenbüßer bei mir liegen was wiederum ski hike band nummer eins ist die serie die ich von den covern her schon so cool fand dass ich mir die ersten fünf hefte davon als us-hefte gekauft hatte band nummer zwei und drei liegen jetzt schon eine ganze weile bei mir auf dem lesestapel band nummer eins hatte noch die ganze zeit gefehlt der sieg der endlich bei mir und ich habe ja schon von einigen seiten gehört dass das halt mal wieder so eine locker leichtfüßige serie sein soll die aber verdammt charmant geschrieben ist weswegen die tatsächlich pflichtprogramm sein soll und ob es dann tatsächlich ist werde ich euch dann sagen können wenn ich dann wahrscheinlich die drei bände am stück gelesen habe zu guter letzt wiederum habe ich mal wieder ein bett mein heft was jetzt hier heft nummer 83 ist das erste heft jetzt im zeichen von dawn of justice und damit müsste ich jetzt mittlerweile fast 40 hefte bett wenn bei mir auf dem lesestapel liegen haben wobei es dann wahrscheinlich genau 30 stück sind weil ich meine das letzte was ich gelesen hätte wäre heft nummer 53 gewesen sprich alles auf der 54 liegt bei mir auf dem lesestapel sprich ich habe jetzt 50 beziehungsweise 30 wenn man hefte auf dem lesestapel liegen und demzufolge echt einiges an us heften was ich aufholen muss bis ich da wieder auf aktuellen stand bin und das ist auch so eine sache die habe ich mir jetzt so ein bisschen für den sommer aufbewahrt weil ich denke ich werde mir einfach im sommer in den urlaub die ganzen hefte mitnehmen das ist dann jeden abend ein heft lese oder besser gesagt im besten fall 23 hefte lese will ich dann nach dem sommer wieder auf aktuellen stand bei batman bin damit sind wir dann auch schon tatsächlich durch für die heutige folge lesestapel schreibt gerne mal in die kommentare rein auf was dabei gewesen ist was ihr auch gelesen hat und wenn ja wie es euch gefallen hat so spoiler frei wie es nur möglich ist und ansonsten würde ich mich noch sehr darüber freuen wenn ihr auf tik tok facebook und instagram vorbeischaut obendrauf noch ein daumen nach oben da lassen das ganze video hier zu supporten und im besten fall den kanal noch abonniert damit wir wirklich durch jungs und mädels haut da rein